Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Unpacking. Wir haben in der letzten Folge ja unseren Kleiderschrank noch nicht fertig aufgeräumt und auch hier unsere Spielemodule und den Game Boy Advance noch nicht verräumt. Das wollen wir einmal jetzt angehen. Wir haben hier einmal den Stapel mit den T-Shirts, Stapel Schlafanzüge und Stapel Hosen. Die würde ich auch direkt dort lassen, glaube ich. Verräumen wir erstmal die Socken. So, schön. Jetzt haben wir ja ein paar mehr, da können wir auch ein bisschen auf die Farben achten. Hm, die passen nirgendwo so richtig rein. Oh, wir dürfen die Jeans da gar nicht haben. Ich sehe gerade, es blinkt ja. Oh, das ist ja ärgerlich. Muss ich dann gleich mal gucken. Okay, dann machen wir hier wieder die BHs rein. Immer noch sehr platzintensiv. Ich hätte sie ein bisschen zusammengelegt. Quaderwahl, aber ich tendiere in diese Richtung. So, dann haben wir einmal rauf und runter. Schön in Reihenfolge. Hier würde ich tatsächlich, glaube ich, die schwarzen Socken mit rüber nehmen. So. Könnte theoretisch mehr reinpassen, ich weiß. Aber, ja gut, wir kaufen bestimmt demnächst nochmal ein. Hm, die Frage ist jetzt, was machen wir mit den Jeans? Die dürfen da ja offensichtlich nicht sein. Ich hatte ursprünglich geplant, dass hier die Schuhe hinkommen, aber offensichtlich möchte das Spiel, dass die Schuhe hier hinkommen. Ballerina-Schuh machen wir mal hier hin. Stiefel braucht man nicht ganz so häufig. Die packen wir hier hin. Ich finde es furchtbar praktisch, dass die hier offensichtlich beidseitig gleich sind. Da muss man nicht überlegen, welches hier der rechte und welches der linke Schuhe ist. Jedenfalls sehe ich da jetzt keinen Unterschied, oder? Wobei, doch, doch, hier sieht man es. Oder? Oder täuscht das? Nee. Nee, das täuscht tatsächlich nicht. Oh, okay, da muss ich doch drauf achten, wer hier links und rechts ist. Moment, ähm... Gucken wir uns das Ganze mal von vorne an. Hm. Kann ich das jetzt schwieriger sagen? Oder hat das hier getäuscht? Nee, da ist doch diese Einbuchtung. Die kommt nach innen. Hm. Jetzt muss ich mir doch glatt mal die Ballerinaschuhe nochmal angucken. Hm. Okay, wenn das der ist... Ah, nee, da kriegen wir ihn leider nicht ran. Müssen wir mal gucken, ob das platztechnisch noch hinhaut. Hm. Kann ich nicht so richtig sagen. Vielleicht ist das bei den Stiefeln auch gar nicht so wichtig. Es scheint nur bei bestimmten Bahnen der Fall zu sein. Bei dem hier hat man es deutlich gesehen. Hier ist das schon wieder schwieriger. Aber ich würde sagen, weil da die Gerade ist... ...ist das die Außenseite. Oh. Oh, da haben wir gar keinen Platz für. Dann würde ich sagen, machen wir die Ballerinaschuhe hier raus. Das sind ja keine Alltagsschuhe. Was die sich automatisch immer quer stellen, ist ein bisschen irritierend. Nein, ich will nicht so machen. Ich will den Schuh ablegen. Ja, die muss ich jetzt natürlich weiter rausstellen, weil sonst fühlt sich wieder unsere Schranktür angesprochen. Das ist jetzt einfach der Perspektive geschuldet, würde ich sagen. Dann Tanzschuhe würde ich mit zu Sport einsortieren. Also kommen die hier in die Ecke zusammen mit der Frisbee. Aber die Handschuhen passen da ja dann gar nicht mehr rein. Und wenn ich es so mache, passt die Frisbee nicht mehr rein. Hm. Es triggert mich, dass der auch nicht näher rangeht. Okay, na gut. Machen wir weiter. Die Jeans. Komm hier in den etwas größeren Fach mit rein. Das kann auch offensichtlich mehr Gewicht ab. Die Bluse würde ich gerne noch aufhängen. Haben wir hier irgendwo noch einen freien Bügel? Wir haben hier den Rock. Hier haben wir die Arbeitskleidung. Hm, da haben wir auch schon eine Bluse. Moment. Das gehört da hin. So, das gehört da hin. Dann mache ich die Arbeitskleidung nicht mitten rein. Ah, dieser Farbwechsel stört mich jetzt aber. Moment. So. Ach so, eine erhebliche Lücke. Die Kleidungstücke können deutlich näher beieinander hängen. Hm. Na gut. Müssen wir erst mal so lassen. Könnte sonst die Bluse... Ne, drüber stülpen kann man nicht. Okay. Hätte ja sein können. Dann gehört das hier vermutlich zusammen. Das gehört mit dem zusammen. Moment mal. Und es fehlt eine Schlafhose. Und das hier gehört mit zur Arbeitskleidung. Aber es passt natürlich nicht mehr hin. Hm. Arbeitskleidung sollte auch immer bügelfrei bleiben. Äh, faltenfrei bleiben, meine ich. Also ist Bügelware. Ähm, daher würde ich die mit aufhängen. Aber uns fehlen eindeutig Kleiderbügel. Wir müssen noch mal welche kaufen. Wir haben jetzt hier zwei Blusen, die Bügelware sind. Hm. Ärgerlich. Okay. Na gut. Dann kommt die Jacke hier hin. Ich habe die oben drauf. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ne? Oh. Oh, da war doch Arbeitskleidung. Äh. Oh, hm. Okay. Ich würde sagen, bei dem Muster ist es nicht schlimm. Wenn es mal ein paar Falten hat. Das sieht man nicht. Dann können wir den Bügel jetzt für unsere Arbeitskleidung nochmal nutzen. Jetzt aber. Was ist hier mit unserer Schlafhose? Hier fehlt eine. Wo habe ich die verloren? Da blinkt noch mehr. Im Wohnzimmer. Was? Das Radio darf da nicht stehen? Warum nicht? Das steht doch da gut. Hm. Okay. Da darf es stehen? Ich kann auch leider... Ich würde es gerne höher stellen. Man will sich doch hier einfach vom Stuhl umdrehen und dann... Musik an. Wenn man hier sitzt, einfach umdrehen. Hier beispielsweise in dem Fach. Einfach umdrehen und klick. Schon geht die Musik los. Hm. Oder... Hier. Hier haben wir noch ein bisschen Platz da oben. Aber da muss man ja ganz schön lang hangeln. Da muss man ja immer aufstehen und Musik an- und ausmachen. Ja, es ist ein bisschen doof. Ich hätte es beim Nähen eher genommen. Da klingt immer noch irgendwas. Ach da! Das ist eins unserer Lehrbücher, oder? Nicht? Ist das zu groß? Da ist doch noch Platz im Regal. Na nü. Ist das kein Buch? Das ist doch ein Buch, oder nicht? Das ist ein Buch. Warum kann ich es denn nicht ins Regal stellen? Hier geht's. Lustigerweise. Aber hier ist es natürlich nicht gewollt. Ach, weil es so ein längliches Buch... Also, äh, weil es stark in die Tiefe geht. Deswegen vermutlich nicht. Weil hier die Tiefe von dem Regal nicht ausreicht. Oh, okay. Ja, aber wir haben nur diesen Schrank. Und es darf ja offensichtlich nicht im Wohn... Ach so. Es darf schon im Wohnzimmer sein. Ich hab's nur auf dem Boden liegen lassen. Ähm. Es darf im Wohnzimmer sein? Es darf wohl... Ach! Da... Da darf es? Es ist doch nicht schlimm, wenn der Buchhüttel ein bisschen übers Regal guckt. Also, ich hätt' das nicht schlimm gefunden. Hm. Hab ich das hier hingelegt? Ne. Das von unseren Vorgängern, äh, von unseren Mitbewohnern anscheinend. Kann ich nicht verschieben, leider. Ich würd' die Sachen hier gerne ein bisschen wegräumen. Ah, das triggert mich. Immer noch das Dreckige Show. Aber gut, ich lass mich schon wieder ablenken. Ich lass mich schon wieder ablenken. Wir haben immer noch das Mysterium in unserem Schlafanzug. Hier fehlt eine Hose. Aber wir haben schon alle Kartons leckgeräumt. Wo ist die Hose? Ist das eine der Jeans? Also, dann doch nicht Jeans? Nee. Nee, das sind ganz normale Jeanshosen. Oh, die Musik hat aufgehört. Scheint immer derselbe Track zu sein. Schade. Na gut. Ähm. Ja, dann haben wir hier tatsächlich eine... ...einen Schlafanzug... ...ohne Hose. Interessant. Oh, das ist die Sommervariante. So, Schlafsachen kommen ganz nach oben. T-Shirts kommen in das Fach dazwischen. Hemden daneben. Feine Blusen. Ja, das ist jetzt eine Problematik. Darf ich da noch daneben? Ja! Oh, sehr gut. Dann müssen wir das so machen. Auch wenn ich sie lieber aufgehangen hätte. Ja, die Frisbee. Die Frisbee ist jetzt eine Frage. Ich hätte sie ja eigentlich hier oben drauf gelegt. Oder hier an die Seite gelegt. Seitlich hochkannend. Das hätte doch super gepasst. Ich würde sie eigentlich ungern hier zu den Schlafsachen legen. Und hier darf ich nicht. Weil der Schrank zu schmal ist. Ist doch nicht schlimm, wenn die Frisbee ein bisschen drüber guckt. Frisbee bei den Schlafklamotten. Wer macht denn sowas? Ja, und hier sind eigentlich Zeichenutensilien. Da würde ich jetzt ungern... Das geht doch eigentlich nicht. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Oh, Spiel! Mach das doch bitte etwas sanfter. Ich war gerade im Aufräumenmodus. Ich entspanne mich hier. Es ist schön, dass wir den Stern haben. Aber... Das... Das... Gefällt mir nicht so richtig. Und warum kann ich das Schweinchen... Genau, so rum... Warum? Ist die Katze zu weit drüben? Die Katze war zu weit drüben. Alles klar. Ich hätte sie gerne näher beieinander gesetzt. Aber gut. In der Wohnung hätte ich so vieles sehr gerne. Hier zum Beispiel ist noch richtig viel frei. Ich habe ein bisschen wenig Schubladen benutzt, oder? Oh, ich sehe auch gerade einen Moment. Einer der Mitbewohner ist offensichtlich männlich, oder? Das ist anscheinend so ein Lockenwickler-Ding. Keine Ahnung. Das sind wir. Und das Ding hier wird ziemlich eher nach einem Männerrasierer aufsetzt, als nach einem Damenrasierer. Hm. Eine Misch-WG. Wir sind eindeutig also über 17 oder 18. Sonst bin ich mir ziemlich sicher, hätten die Eltern das nicht erlaubt. Hier würde ich gerne noch sortieren. Ah, in die Mitte kommt das Herz. Dann knudelt er sich an das Herz. Achso, ich darf... Ach ja. Ich darf er bestehende nicht verschieben. Schade. Das sieht aus wie so eine versteckte Botschaft. So ein bisschen die Früchtchen oder die Farbe in der Mitte... Okay, die Erdbeere darf ich auch nicht verschieben. Gerade würde ich sagen, die farbigen Sachen, also orange, gelb und rot und rot-grün, als ein Streifen in der Mitte und drumherum die ganzen grauen Sachen. Wenn man es ordentlich machen möchte. Aber ich darf ja nicht. Ich darf die Sachen nicht bewegen. Ich würde das Herz gerne in der Mitte haben. Die Orange darf ich aber nicht verschieben. Nur Herz und Stern. Die darf ich auch alle nicht. Okay, dann knuddet der Koala mit dem Raben und was auch immer. Die Feder fliegt im Wind und die Früchtchen und Herzen und Sterne, ähm, ja. Wir können höchstens hier... Ja, wir können hier Herzen verteilen. Okay, und der Stern kommt über das Tier, was auch immer es ist. Und das darf ich leider nicht verschieben. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Wir haben Ordnung gemacht. Mehr oder weniger, auch wenn mich das mit dem Geschirr immer noch triggert. Hier ist auch alles in Ordnung. Das Buch würde ich gerne zumachen und hier würde ich gerne die Flusen aufsammeln. Die hier sehe ich übrigens auch. Ich habe euch nicht übersehen. Hier geht's eigentlich. Nur um das Dreckige Show. Mal wieder. Aber gut. Wir schließen einmal unsere erste eigene WG ab. Spieleabende sind jetzt noch bequemer. Und ein Achievement. Die Gefährten 2007 ausgepackt. Was passiert eigentlich, wenn ich hier nochmal draufgehe? Ah, dann kann ich hier nochmal helfen. Wie cool. Dann könnte ich hier theoretisch noch Sachen rumräumen. Nicht schlecht. Aber das kann ich ja später nochmal machen. Ähm, okay. Ich glaube, ich muss hier nochmal auf den Stern. Äh, okay. Da wandelt sich jetzt nochmal kurz das Foto. Das war ein großer Tag. Ich bin tot müde. Oh, die Sprüche. Der Text unten wandelt sich. Oh, Moment. Gib mir noch eine Sekunde. Wir gehen gleich in den nächsten Lebensabschnitt. Ich will nur ganz kurz... Was würde denn hier stehen? Ich freue mich schön auf die Filmabende. Oh, und auf die Spielerabende. Wie cool, dass sich die Texte anpassen. Je nachdem, welches Bild man hier am Ende hat. Oh, da würde ich... Da würde ich doch ehrlich gesagt... Wobei, hier gab es ja nicht so viele Räumlichkeiten. Wir könnten das Badezimmer noch... Was... Was wird denn zum Badezimmer gesagt jetzt? Und die Küche, genau. Oh. Was sagt sie denn zum Geschirr? Viel größer als meine alte Küche. Okay. Unsere Protagonistin kommentiert nicht das schmutzige Geschirr und der Spüle. Alles klar. Da möchte jemand den Frieden wahren für die neue WG. Habe ich so den Eindruck? Ist ja auch nicht schlimm. Ein Momentchen. Wir teilen uns alle ein Badezimmer. Ja. Oh. Oh ne. Moment. Ja, ich klicke gerade sehr viel rein. Es tut mir leid. Aber ich habe hier die Schranktür offen gelassen. Okay. Ich bevorzuge, glaube ich, den Text vom Spielerabend. So. Perfekt. Und dann luken wir mal ganz kurz in den nächsten Abschnitt rein. 2010. 2010. Drei Jahre später. Oh. Sogar mit Hintergrundanimation. Wie cool. Okay. Ist das jemand von unserer WG? Die Insekten hier. Und die Hantel. Wobei, die Hantel hatten wir selber. Aber die Insekten sind von uns. Oh, okay. Alles klar. Wir haben also ein paar Hobbys von unseren WG-Mitgliedern übernommen. Sind jetzt in die Großstadt gezogen. In die nächste Nicht-Alleinige-Wohnung. Die mir auch männlich eingerichtet zu sein scheint. Oh, das könnte auch ein Foto von den beiden sein. Das wird ja richtig interessant. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.